Eine große Aufgabe erwartet den FSV Frankfurt. Der SSV Ulm 1846 Fußball ist zu Gast am Bornheimer Hang. Abstiegsgefahr trifft auf Drittliga-Hoffnung. Die Frankfurter mussten zuletzt im kleinen Hessenderby gegen die Kickers Offenbach ein 0 zu 2 einstecken. Sie waren natürlich der Außenseiter. Trotzdem sind die Abstiegssorgen des FSV nicht kleiner geworden. Sie rangieren aktuell auf dem 18. Platz. Geht man das Tableau weiter hoch, landet man bei den Ulmer Spatzen, die hoffen im sechsten Jahr Regionalliga endlich den Sprung in die dritte Liga zu schaffen. Sie legen im Fernduell gegen die Kickers Offenbach vor, die erst am Sonntag in Homburg antreten. Die Gäste in den weißen Trikots nehmen das Zepter direkt in die Hand. Die erste Chance von Robin Häuser. Die Ulmer Spatzen konnten sich am vergangenen Spieltag mit 1 zu 0 beim VfB 2 durchsetzen. Sie untermauern dadurch ihre Ambitionen aufzusteigen. Auch in diesem Spiel wird die Klasse deutlich. Viel geht über die linke Seite. Der FSV muss sich reinwerfen in jeden Schuss. Lukas Kiefer versucht es aus der Distanz. Der Torschütze beim eben erwähnten Sieg gegen den VfB aber ohne Erfolg. Die Frankfurter mehr mit der Defensive beschäftigt. Offensiv geht wenig. Diese Chance von Robin Williams dabei noch das Alarmierendste, was auf das Tor von Ulmkeeper Ottak kommt. Ansonsten sind es die Spieler in weiß, die für Radau sorgen. Flanke von links auf Harries. Der will noch lupfen, aber die Pfeife von Schiedsrichter Christian Ballweg ertönt früh genug. Die Leihgabe von Dynamo Dresden hält seiner Ansicht nach den Fuß über Lukas Gottwald. Die Wiederholung zeigt, richtig, das Tor zählt dementsprechend nicht. Es bleibt bei der 0 und das ist das Hauptproblem bei den Spatzen. Offensiv sind sie da. Am Ende fehlt aber das letzte bisschen Präzision. Benko macht sich auf, spielt auf die rechte Seite zu Harries. Der mit dem Ball in die Mitte und die Chance für Häuser. Aber Savané stört im richtigen Moment. Die Ulmer weiterhin aktiv. Weiter geht's über die linke Seite. Das ist Benko aus spitzem Winkel. Daniel Endres ist aber zur Stelle. Der Rückhalt der Frankfurter hält sein Team im Spiel. Allzu oft ist er noch nicht gefordert. Die Bälle gehen eher neben das Tor. Die linke Angriffsseite bleibt aber die Schokoladenseite. Da geht am meisten drüber. Auch weil er hier ganz schön viel Dampf macht. Das ist wieder Häuser. Bisher hat er viermal in dieser Saison getroffen. Am Bornheimer Hang bleibt ihm das Glück verwehrt. Nicht nur ihm, sondern der kompletten Mannschaft von Trainer Thomas Wörle. Sie halten den Druck aber hoch. Das ist Benko. Der macht das ganz stark. Will dann aber über Endres lupfen und der sichert ab. Endres zwischenzeitlich ausgeschieden in der Saison wegen einer Gehirnerschütterung nach dem Hinspiel der beiden Mannschaften. Das ging 3 zu 3 aus. Von diesem Torfest ist die Partie noch weit entfernt. Die Ulmer haben die großen Chancen. Zur Halbzeit bleibt es aber torlos. Zur zweiten Halbzeit verlagert sich die Partie etwas. Der FSR Frankfurt wesentlich aktiver. Das ist Asuak und der legt auf für Manuel Reuter. Was für eine Hammerchance. Die erste Chance der Frankfurter in der Partie, die ansatzweise gefährlich ist. Und die hat das richtig in sich. Die guckt man sich gerne nochmal in der Zeitlupe an. Die Ulmer lassen die Offensivkraft aus der ersten Hälfte in der zweiten Hälfte etwas vermissen. Trotzdem bleiben sie gut in der Partie. Das ist Robin Häuser. Der hat viel Platz und denkt sich den Abschluss, den gönne ich mir selber. Aber dieser Ball ist für Endres ein kleines voradventliches Geschenk. Ein größeres wären drei Punkte. Beide Mannschaften könnten die gut gebrauchen. Mit der Sinnlichkeit ist es in der 80. Minute dann aber vorbei. Die Ulmer Spatzen wollen einen Strafstoß. Stattdessen pfeift der Schiedsrichter auf Offensivfoul für den FSV Frankfurt. Diese Szenen gucken wir uns nochmal in der Zeitlupe an. Erste Szene, Zweikampf zwischen von Schrötter und Michael Heilig. Heilig kreuzt den Laufweg des FSV-Spielers. Für mich keinen Strafstoß. Dann kommt noch Nicolas Sian mit dieser Aktion. Ob da jetzt Absicht dabei war oder nicht, das vermag ich aus der Perspektive nicht zu urteilen. Die letzte Chance im Spiel ist eine Ecke. Der Ulmer, die landet im Nichts und dann ist es vorbei. Der FSV Frankfurt erkämpft sich einen Punkt gegen den jetzigen Tabellenführer, gegen den SSV Ulm 1846 Fußball. Ein kleiner Erfolg für die Frankfurter. Die Einschätzung zum Spiel hört ihr jetzt von Thomas Brendel am Mikrofon. Ich würde zualler Anfang mal sagen, dass wir jetzt erstmal erleichtert sind. Ich meine, wir haben hier mit Ulm jetzt, ich glaube, einen aktuellen Tabellenführer jetzt nach dem heutigen Spieltag zu Gast gehabt. Und ja, eine sehr, sehr starke Mannschaft. Und die letzten Wochen waren ja nicht einfach für uns. Und deswegen ist der Punktgewinn heute auf jeden Fall ein Erfolg für uns. Der FSV Frankfurt bleibt weiterhin auf dem 18. Tabellenplatz. Die sicheren Ränge sind aber weiterhin in Sicht. Die Ulmer auf der anderen Seite können ungeachtet des Spiels der Offenbacher am Sonntag unter der Woche. Zu Hause ging Groß Asbach im Nachholspiel die Tabellenführung perfekt machen.